einen wunderschönen guten hallo meine lieben kleinen hier auf youtube und herzlich willkommen zu einer weiteren folge findet ihr zwei mashups zusammen mit dallo julie kaput die katze ist tot keinen fall schaden bekommen hat kunden an den lindern noch kein fall schon das könnte mich umbringen kaputt ist da das wollte ich nicht es ist ein lieber bohr was ist ja eigentlich für ein error in der tür das ist das muss ich sein es ist ein error error hallo ich bin es Achtung gleich kommt eine rauchwolke explodiert was ne 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 Achtung wo macht er sich sichtbar wir wissen es noch nicht oh die machen dich fertig kundran hat auch jemanden geschossen gebracht also war kaputt wirklich also kundran hat meine waffe fliegt stopp krimi kriegen kundran nicht tot was ist los hier ja der ist leider aus dem schussfeld gelaufen was wie lebt denn peng noch ok renn und kundran sind so ja julie kaputt wurde mordet er herrn zu weit julie du auch ja ich krieg das hin glaube ich eventuell aber es zeigt sich keiner ich habe ein kleines problem groß ist ihr kleines problem kein reddit user gibt es denn hier feines wir wissen was passiert ist also julie das ist kundran und tagen sein müssen was meinst du warum du gestorben bist ja bist du das loch gesprungen bin ich einfach so reingelaufen oder was du bist du bist du runter gefangen das glas war schon kaputt keine ahnung das war kaputt also ich hatte ich habe schon gedacht als du reingegangen bist also ich war ich war nicht mehr auf dein bild sozusagen aber als du gestorben bist dachte ich okay wirst du das glas gefallen sein ja ich gehe ja nicht davon aus dass da so ein loch auf ich glaube ich glaube ich weiß was passiert ist ich habe am anfang der runde aus versehen ich bin kein fahrer ich bin der katt berg und das nie auf den kaktien ist auch weil ich eine dose gefunden habe die mich schnell dann trotzdem noch schaden das ist ein argument okay das reicht mir jetzt da ja das reicht mir jetzt ein einzelner irgendwo fünf eisen umzubringen an mit einer sidekick deal da schießen bürger menschen eindeutiges kapuze tot aber böse frage ist das kundran oder talu böse ich habe kapuze gekillt das kundran ist auf jeden fall der andere c oh item 360 bumerang für dich das wird schwierig also bist du wirklich böse meine fehle chance gibt mir sagst wo du bist bin ich so weit weg von dir hast du dich nicht gerade unsichtbar gemacht bin jetzt unten im wasser jetzt nicht mehr wo ist da hin dann halte ich mich erst mal ich wollte ich habe sogar gedeckt ja ich konnte ich habe nicht mehr gesehen wer da noch lebt ich habe ich bin da drauf gesprungen wie ninja naruto pain wollte ja nicht zum sidekick werden du wolltest ja er springt halt immer rum wie ein äffchen dann halt nicht einfach mal nicht so viel bewegt oder sagt wenn du bist sein nee irgendwas mit b sagen hey du beschissen bleib mal stehen beschissen tschuldigung tschuldigung ich wollte items eisleifen und dann 36 ja und dann habe ich mir gedacht ganz easy ok alles klar das spiel können wir spielen ich habe ja genau ja jetzt habe ich das minecart da war der schiss oh ich habe dich noch schnell getrunken ja ja aber jetzt warum ist eigentlich in der tür die ganze zeit ein error das ist der error leuchtturm ich bin dran vom leuchtturm war ein super scharf es kam vom leuchtturm du hast einen flopper geschaut du hast einen flopper geschaut hä ok dann gehen wir nicht das war ich habe ich dachte echt vor dem meterportal liegt eine unidentifikierte leiche ich dachte echt das war ein flopper ja ja weil das ist ja weil das ist ja weil das ist ja weil das ist ja hallo 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 bist du gut oder böse ok danke für die info ah ich sterbe stimmt ich dachte echt das war ein flopper vom leuchtturm super scharf hab ich gesagt das sah halt wirklich aus ich stand die ganze zeit schon ich dachte du sagst ja ist mal ein scharf kaputzes leistungs heute echt gut ich wollte das mine cut haben und auch werfen ich wollte nur mitspielen ich glaube es ist gerade aufgeräumt muss man auch mal es wird der items erschossen ja ich muss dann auch bei deiner wohnung ja ja ich werde dich erschossen ich werde da nicht echt warum werde ich erschossen ich traue mal ach du da wurde items nein kein kein falsch haben wir können einfach von der von dem zum buch springen okay warte schauen sie auf mich schießen wir haben sowieso runter wir sind da unten den headshot noch wenn du still stehst glaub mir mal habe ich jetzt kein bock ich wäre jetzt echt runter gesprungen aber okay das hast du nicht gemacht das kam von dem t ja kam es nein trader hat den fake tester gemacht ich bin also weil der date sagt er war es nicht aber er könnte ja kann sein wenn ich das jetzt mit kapuze zusammen ich legte hier was hin und ich will doch ich bin auf diesem turm schon mit drei leuten gewesen es gibt wirklich keine fallschaden ich bin gerade ich habe sie ich habe es nicht geschafft ins wasser zu springen aber ich habe keinen schaden bekommen also jetzt wird ein bug sein aber ich habe es wirklich nicht geschafft ins wasser zu springen dachte ich bin tot ich habe nichts gekauft ich bin nur verkrüppelt das hat eure minecraft wieder so ich habe bestimmt noch eine schule bekommen das ist gruselig doch nicht du dir hat Größe 36 ja plus 10 da liegt aber wer und das war der pain doch das ist aber nicht richtig also ja wir waren nur eine oben im turm beweiswürgen abgeschlossen das ist ja schon fast zugegeben jetzt das klingt sehr konstruiert hallo kundran hallo kapuze das ist ein two und two da bei euch ne das wäre doch jetzt nett das sind wahrscheinlich noch mal kundran und julie obwohl ich glaube kundran und julie ist es kundran und julie ist es ich kriege jetzt mit der crowbar warum schießt du weiter und dann ist der andere doch kundran und julie ist der andere doch noch einmal ausgeschlagen aus einer richtung wo kunden her aber wahrscheinlich es war nur die richtung aber er hat dann nicht noch mal ich habe ich habe gewartet wieder ja aber ich habe ich gewartet ich habe das kommt früher aber kunde hat 30 sekunden glaube ich was zu spät man möchte nur kunde ja das ist das hier das ist der gucci das hat direkt geschaut ist halt das ist ich mag auch das random karls so kam mir vorbei das hast du mir was gutes gekauft alles das klaut okay du solltest wegrennen ich werfe jetzt gleich drei Aber nicht auch nicht. Zwei. Ne, doch nicht. Oh, du sollst dich nicht stören. Lass dich nicht, Alter. Oh, so, okay, okay, okay. Was ist das passiert? Ja, wow. Okay, ich bring's zu Ende, Kapitze. Was soll die Kacke? Ich hab's genau gesehen. Der arme Items. Du bring's ja gar nichts zu Ende. Ich bring's zu Ende jetzt. Wer ist es? Was hat die jetzt getan? Im Leuchtturm ist der Böse. Ja, der ist tot. Den hab ich gekillt. Und der hat vorher Peng geschossen. Ja, und Items? Wer hat ihn gekillt? Kunran. Ja, das ist mein Name. Du wirst jetzt mit Nagaos gekillt. Wo seid ihr? Waffe, das stimmt vorher. Ich will zusehen. Bisschen Angst vor Dalu. Ich komm zur Hilfe. Ah, Eiswasser. Eiswasser? Auf geht es denn. Wo seid denn ihr? Ja. Du bist gerade gegen mich geflogen. Hallo. Grüße. Da kommt ein Super Sheep, Julie. Weg rein. Scheiße, kommt es hier rein. Vielleicht, ja. Das wäre zu viel Spiel. für Kunran, ja. Voll der Diss. Ah, schade. Julia, was schießt du? Wo? Ich schieß nicht. Dann muss es er sein. Ich flieg. Er? Hallo, ich hab auch nen Namen. Der random, der noch lebt. Ja. Ganz schön fließt. Ich seh ihn einfach nicht. Er ist jetzt am Leuchtturm. Oh Gott. Au. Goddammit. Hast du? Nee, das war ja. Oh, was drin? Nein, das war ja. Hä, wo bist denn du? Da, wo ich da nur gekehlt habe. Weiß ich nicht, wo. Im Leuchtturm. Hä? Wo? Hallo? Jawoll! In den Schritt. Mann, ich hab Seeho. Bei mir hast du voll ins Gesicht geschossen. Das Problem ist, ich wusste jetzt auch nicht, auf wen ich schließe. Ja, ich hab das übernommen für dich. Ich wollte extra sagen, lass dich nicht stören, dass du halt weiter machen kannst. Ey, du bist mir da einfach hingerichtet vor meine Augen, ey. Ich war da nicht. Man kaputt mit der Gauß von oben. Ja, ja, das hab ich gesehen. Zack. Wieder Blätter geschossen. Fatality. Der Ebenezer-Wurm. Nicht am Tag und dran. Nee, nee, manchmal bin ich auch gar nicht. Alter. Ich hab's mal jetzt. 50 HP verloren. Von einer Brandgranale, die im Leuchtturm lag. Aber wer hat das? Lol. Achso. Er hat einen Teilung vorrunden Platz, glaube ich, geworfen. Aua. Ich glaube, es war vollkommen klar. Da hat er mich geschossen. Und es war diese Figur, die hier rumläuft. Und, wer ist es? Er hatte was zum Heilen. Ich hab auch noch 99 HP. Ich hab mir gerade hier rausgekommen. Jetzt nicht mehr. Achso, okay. Da warst du nicht. Aber ich glaube, du warst es schon. Der ist aber blut. Komm, wir werfen Granaten runter. Ich hoffe, du bist Inno. Lass erstmal ihn suchen. Irgendwer muss da unten rumlaufen. Da ist da hinten mit dem Crossbow. Woher soll ich... Nee, das ist... Da unten, da unten. Unten hier. Volle Möhre jetzt. Alles raus. Oh Gott. Alles los. Alles muss raus. Alles muss raus. So, welches Arschloch da? Der andere war's. Ich? Der. Mit dir. Der hat geworfen. Ich hab nix gemacht. Losgeworfen. Herr Ahnes. Juli, mach mal das. Juli, roll mir mal auf. Ich hab damit nichts gemacht. Juli, roll mir mal auf. Ich bin der Spatz, der an Kenti. Ich wurde angeschossen. Ich hab dich gerettet. Ich habe 26 HP nur noch. Was ist jetzt passiert? Wo bist du gestorben? Bin ich gestorben? Irgendeiner hat mich in die Seite geschossen. Aber du bist doch ganz oben. Nee, ich bin auch ins Wasser geschmogen danach. Wer hat denn sonst... Hä? Was? Wir haben Dalu in die Seite geschossen. Kapuze war scheinbar nicht. Juli wird das auch nicht. gemacht haben. Es könnte halt noch... Garno war du. Ich stand mit mit der Mitte. Aber ich bin fein. Es muss items gewesen sein. Es muss items gewesen sein. Es muss items gewesen sein. Wenn er sagt, er ist fein, dann ist es. Ja, eben. Dann knall ich ihn ab. Ich bin fein. Wo ist der item? Wo ist der item? Wo ist der item? Iams klatschen, Gangster. Iams klatschen, Gangster. Iams klatschen, Gangster. Iams klatschen. Iams freut mich schon drauf. Iams klatschen. Nacken klatschen. Nacken klatschen. Und es ist? Ja? John Cena. Ben David. Oh, wer hat denn da geschossen mit der kräftigen Waffe? Da, es ist. Ah. Okay. Ich hab den Grappling Hook von Juli. Aber da war doch irgendwer, wenn er was gewoffen hat. Juli wurde hier oben gekillt. Wahrscheinlich von items. Einer von euch beiden ist es. Der hat da irgendwelche Traitor items. Ich hab den Grappling Hook abgeschossen. Das ist ein Silas Traitor. Nein. Der ist ein Kuntran und Zalu. Oh, jetzt sollst du dich verstecken, äh. Ich frag mich trotzdem, wer mich am Anfang abgeschossen hat, ne? Weiß wer das war. Alter, treib ich auch mal irgendwas? Ja. Das war der gleiche, der das auch gemacht hat. Oh. Vor allem muss ich dazu sagen, der Seitenkuss, das war ein Deluxe-Snipe mit der Deagle across the map. Ja. Das war schon nice. Obwohl ich mich nicht bewegt hab, ist mein Kopf nicht getroffen, das ist ja schwach. Ich hab reingeballert in eure Menschenmenge. Nix. Äh. Zwei Runden vorher noch taunen und sagen, wenn du dich nicht bewegst, mach ich nen Headshot. Ja. Wir haben mich nicht bewegt. Ja, aber wie lame ist das denn, jemand direkt nen Headshot zu geben? Weil du Anschluss geht das mal. Ekelhaft. Ich hatte wenigstens Kampuzze noch gerettet. Weggeschubst. Aus der Schusslinie geschubst. Wie hast du mich gekillt an der M-Suite warst? Ähm. Welcher warst du? Das ist die Frage. Ja, ich bin sofort gestorben. Oh mein Gott. Du bist sofort gestorben. Ich hab aber gar nicht so viele, also ich hab viele explodieren. Du bist explodiert. Ich hab hier oben auf den Berg, hab ich vorher ne Plasma hingeworfen. Wo er versucht hat mich zu pushen. Alter, was ist denn hier los? Ich hab ne Melon geschossen, aber die hab ich auf den Typen mit dem Grapple geschossen. Also wenn die Melon gekillt haben soll, dann machst du kollateral. Okay, mach da nix. Komm, Payne. Okay. Oh. Oh. Das ist ein bisschen schwer von hier oben. Alles wegwerfen. Achso, okay. Und jetzt gib mir auch noch was. Items? Ja, okay. Hast du ne Shotgun? Ja, Mann. Nein, hab ich nicht. Hier aufpassen. Komm doch mal zu mir zum Trailer-Haus. Na Trailer-Haus? Ja, das Trailer-Test-Haus. 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 Die Rufe. Ja, ne. Das hier musst du machen. Kapuze. Okay, pass auf, Alter. Das könnte jetzt ein besser Frack werden, ja? Okay. Ja, komm her. Du musst herkommen. So. Okay, pass auf. Oh! Einer von euch beiden oben hat mir aber geportet! Payne! Was hast du dazu zu sagen? Hey! Juli! Nein, Juli hat mich geportet! Nein, Juli hat mich geportet! Nein, Juli hat mich geportet! Ja, ja. Keine Ahnung. Ich wollte grad nen coolen Kill mit deinem. Also, hey! Alter, jetzt kommt doch mal mit. Wir machen jetzt noch nen coolen Kill. Okay. Nein, ich bin Payne! Das ist ein netter Kill. Ach, keine Fucks jetzt! Das ist aber kein cooler Kill dann! Aua! Das war ich nicht! Kunan schießt doch nicht! What the fuck! Kunan ist das? Da muss es ja sein! Ja, war ja auch, klar. Hallo! Das hat Kunan nicht auf dich geschossen! Das ist der Alums, oder was? Ja, Alums war's! Also hast du ihn gekinnt schon? Ja, hey! Snack! Nenn ich ihn immer! Hey! Oh! Was passiert jetzt? Ich werde geschossen! Oh! Oh! Payne! Stopp! Ah! Alter! In den Nether hat's ihn geschlagen! Echt ist er! Scheiße! 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 Hä? Ich dachte, du warst Traitor beim Payne und weil du Payne's da rückengedenkt hast! Ja! Das Alums ist echt in den Nessern! Hast du dein Messer? Hast du das Messer wenigstens gesehen? Ich wollte, aber du hast ja auf mich geschossen! Let's do it! Ich war Traitor da, du! Ja, aber ich auf der, auf der, auf der, auf der Schieße! Ich wollte dich, ähm, mit dem Payne's von Traitor zum Leuchtturm schießen! Du knallst in der Luft einen ab! Ich wollte wirklich, dass wir einen coolen Keh machen! Ich höre nichts! Ich höre nichts! Das wäre nice gewesen! Ich habe es auch zu spät gewinnen, dass das Alums war! Weil dann hätte ich ihn nicht erschossen! Ja, aber alles gut! Wir kennen uns jetzt mal einfach! Wir kennen uns jetzt einfach durch! Cool! Was ist los mit dir? Jeder voraus! Du hast keine Chance! Du hast keine Chance! Joli, du stehst ein bisschen im Weg! Der Daniel, der wollte ja jemanden abstechen! Das war den Edens! Abstechen wollte ich niemanden! Aber ich war doch gar nicht dort! Ich war doch gerade eben mit Julie kollidiert! Das ist nicht scharf! Das ist ein stumpfes Messer! Ja, dann zeig mir doch wenigstens was! Ja, hab ich! Wer ist es denn jetzt, Kayne? Kapuze wird jetzt verprügelt! Wer? Ja, dann verprügeln wir jetzt Kapuze! Kapuze wird verprügelt! Auie, 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 auie! Warte, zieh! Warte, warte! Warte, warte, warte! Ja, Juli, einer von uns beiden ist es! Es kann nur einen Pain geben! Aaaaaah! Oh, Gott! Das war's! Hä? Was? Ich gehe davon aus, dass Pain-Dude ist dann, oder? Oh, fuck! Nein! Ich will auch! Stop it! Zeig deinen Kopf! Aaaaaah! Aaaaaah! Oh, 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 oh! Sorry, dass mich so erschrocken! Was hilft? Ja, du hast den Pain wieder fettig gemacht! Wer wollte nur helfen? Sorry, Pain, dass mich so erschrocken! Also Kapuze wäre jetzt schon dreimal tot gewesen! Kapuze hat hier schon drei... Also... Boah! Gar nicht! Aaaaaah! Da findet das so laut und so viele ähm... Na, wie heißen sie? Ich bin hier unsicher, ob jetzt wirklich böse ist, wenn du dort viel Spaß machen! Hä, wieso kann ich? Das ist mein Problem gerade! Nee, ich bin du! Kundran! Ah, stimmt! Sind die Böse oder sind die Fallen? Ja gut, aber die P-Shaka kam ja offensichtlich, oder nicht? Oder meinst du, der erste... Was ist hier? Ja, ich meine nichts! Schießt du nicht auf dich? Ja, warte, wo ist denn da wer? Zeig mal, wo ist denn? Komm, wir hießen die weiße Flagge! Also da oben steht auf jeden Fall einer mit dem Crossbow! Ja, ich suche ihn! Schieß auf den mit dem Crossbow! Nicht auf den anderen! Der mit dem Crossbow ist der böse! Mann, jetzt! Wo sind die? Ich hoffe, die schießen auf dich! Du ist es nicht! Wen denn? Ich bin hier vorne! Wo? Ah, da hinten! Wo denn? Hallo? Gib mir den Crossbow! Ja, okay, Mann, hier! Zeigt einer das nicht? Okay, Adam, zeig dich! Moment, der ist nicht geladen, oder? Hä? Klar! Adam, zeig die nochmal kurz! Da hinten ist er! Hallo? Da können wir! Der ist nicht gel... What the fuck? Nein! Achso, hä? Kapuze ist noch oben! Oh, ich muss da! Kapuze lebt noch! Der wurde doch gerade vor meinen Augen erschossen dort, oder nicht? Bist du unknown, Kapuze? Ja! Dann bist du jetzt Trader, oder? Nee, jetzt bin ich noch! Mich interessiert eher, was der Kollege hier die ganze Zeit für eine Crowbar-Aktion unten macht, der versucht über den Untergrund zu kommen, oder nicht? Was? Ich bin aus dem Untergrund raus? Nee, also Kapuze, du schießt gerade auf mich! Achso, das bist du! Ich dachte, das ist kurz dran! Ja, das ist doch irrelevant! Ich dachte, das ist doch böse, oder nicht? Bist du böse, oder nicht, Kapuze? Nee, ich bin sehr verunsichert gerade! Nein! Warum wolltest du vorhin auf mich schießen, Kapuze? Ja, weil ich dachte, ich habe mich vermutet, ja? Und jetzt bin ich schon wieder, aber jetzt... So ertrifft die Scheiße! Ist denn Dalu eigentlich noch am Leben? Kuntran, willst du mich... Ja, das ist halt das Traurige, ey! Eine Waffe war leer! Ja, ich... Ich wollte mit der Crowbar auf allem schießen! Ich hätte sich über die Situation... Gute... Gute vom Kuh dran! Aber ich könnte sein! So, Leute, wenn euch das Wünschen gefallen... Lasst Like, schreibt einfach, weil es dann ganz gut schaut! Tschau! Tschau! Tschau!